Fresse jetzt! Kaxendicke! So, aufmachen jetzt hier, die Kacke hier. Stick angeschlossen. Perfekt, warte bis die Daten kopiert sind. Können wir nicht das Licht hier ausmachen? Halt! Lass es mir einfach. Ha 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 ha. Jetzt haben wir keine Haftgranaten mehr. Das ist relativ scheiße. Aber wir... Können was anderes machen. Scheiße, wir haben auch keine Nährungsminen mehr. Noch irgendwas drücken? Nee, ja. 17 Sekunden. Okay, da oben steht's. Okay. Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun und so. Ja, ich freu mich tierisch. Das war ja ziemlich einfach jetzt, würde ich sagen. Hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt jetzt. Ich hab's ja eigentlich eben gerade schon kaputt gemacht. Ich hab's ja... ...in dem ich ja... ...den Typenmotor geschmissen habe. Grim, kannst du mir sagen, was mich hier erwartet? Negativ. Das SMI hat keine Daten darüber. Sucht endlich, ihr elenden Bastarde! Das Geräusch. Das erinnert mich einfach zu sehr an diese fucking Drohnen, Alter. Okay, wir haben eins, zwei. Drei Gegner laut. Ja, du darfst ruhig Angst haben. Pssst, 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 pssst. Okay. Ein Hammer da. Scheiße, ein schwerer. Fuck it. Psst. Pssst. Psst, pssst, pssst. Es gefällt mir nicht, dass der noch da ist. Gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, das haben wir extrem gut gemeistert, Leute. Ich bin ja überrascht von uns. Saurus, äh, süßes Amtschiff, Saurus. Ja. Da muss man immer mit drauf. Aufpassen, dass man auch schön Saurus, äh, süßes hat. Die Kinder können echt gemein werden bei sowas. Okay. Oh, das sieht voll gruselig an, irgendwie. Ah, was war das? Das war ein Trompetgeber. Kann noch eins runtergehen? Was haben wir denn hier? Noch eins runter. Was? Gibt es hier... Ha, ha! Ja, ich gucke mich nicht so an, du Arsch. Das ist nicht top, scheiße. Und da sind Pfeile. Oh, da sind Speck Ops. Ja, du Arschloch. Wahrscheinlich ist das eine Trainingsschule hier. Für die Speck Ops. Komm her, du Arschloch. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm her. Ist niemanden alarmiert, verstanden? Alles bleibt ganz ruhig und friedlich. Ja, ich gucke mich nicht. Verstanden. Siehe im nächsten Abschnitt nach. Bereich gesichert. Ja! Ja! Okay. Leute, Laptop werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Super, liegt genau im Dunkeln. Alles okay. Verstanden. Überbrüff den nächsten Subabschluss. Die dürften mich eigentlich allesamt nicht sehen. Äh? Oh? Sch, alter Schläge. Halt! Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Mann, aufs Gefallen. Wir müssen weitersuchen. Seh' nicht. Fuck it. Hier ist alles okay. Abschnitt sieht sauber aus. Verteilt euch und sucht weiter. Da hinten ist er. Können wir noch eins vorwagen? Er ist dort. Willis! Was ist bei dir los, Willis? Das weiß ich wenigstens wieder Arsch heißt. Den ich own werde. Wo sind die hin? Verdammte Drecks Taschenlampe. Alles okay. Ich höre ihn schweren, Alter, ey. Alter, das ist viel zu knapp, ey. Ich werde irre. Alter, wir haben ein Laptop bekommen. Nice. Nice, nice, nice. Real shit nice, Alter. Okay, öffne die Tür. Ich brauche nämlich noch ein bisschen... ...und das direkt hier. ...irgendwo direkt vor uns, Alter. Scheiße. Ruhe! Ich will mal kurz gucken. Hier irgendwas haben. Okay, gut. Ist alles frei. Ich bin im Foyer und verlasse das Gebäude. Sam, auf deiner Fluchtroute durch die Gärten ist ein Sicherheitstresor. Scheint, als wärst du nah an einem Kontrollraum. Greif dort auf das Terminal zu. Dann können wir die Türen öffnen. Lass mich einen Blick drauf werfen. Mal sehen, was alles geht. Oh, schick. Gib mir eine Minute, Sam. Ich öffne einen Ausgang für dich. Grim, was macht die Exfiltration? Arbeite noch dran. Scheiße. Was ist los? Wir haben noch mehr Verstärkung bekommen. Charlie, du musst dich beeilen. Ich arbeite dran. Was Neues vom iranischen Militär? Das ist ja das Seltsame. Es herrscht Funkstille. Sie halten den Ball flach. Um nicht das Gesicht zu verlieren. Du musst da weg, Sam. Du hast es mit iranischen Spezialeinheiten zu tun und dir läuft die Zeit davon. Das nenne ich Timing. Alles okay, Sam. Die Sicherheitsschleusen sind offen. Schon unterwegs. Überlegt euch mal, wie ich hier wieder rauskomme. Okay, schein... Okay. Können wir jetzt Angst sein, ja. Das ist doch keine große Sache. So, easy. Na, Kollege? Darf ich das Schild mitnehmen? Oder so eine AK-74. Darf ich die mitnehmen? In Originalgröße so. Los, mach kaputt. Ach so. Ach so. Es kommt Verstärkung, Sam. Wie komme ich hier raus? Briggs kommt mit einem Transporter. Briggs? Wir streiten uns, nachdem er dich da rausgeholt hat. Treffpunkt andere Seite der Gartenanlage. Zwei Gegner. 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 Vielen Dank.